So, und da bin ich schon wieder mit Let's Play Okamiden. Wir sind gerade an einer tollen Stelle, wie man hier auch wunderbar sehen kann. Wir laufen gerade von der Witch Queen weg und machen jetzt mal weiter. Äh, Hilfe. Ha! Hilfe! Oh Gott, ist so schnell. So, du gehst da hin, wo du hingehörst, nach hinten. Und der Stein muss weg. Ah, du bist so schnell. Das ist aber überhaupt nicht hinten intensiv hier. Oh Gott, ey. So, und jetzt musst du wieder nach hinten. So, brav. Äh, da kommt sie schon wieder. Okay. Obwohl sie ist noch weit genug weg. Ich verschwende nur meine Tinte, wenn ich das jetzt mache. So, jetzt schon eher wieder. So. Ich glaube, ich habe es bald geschafft. Hauptsache, das war jetzt hier, ist gleich hier auch wirklich danach vorbei, ey. Und nicht, ähm. Das war jetzt, äh, was weiß ich, die erste Hälfte und jetzt kommt noch die zweite oder so. Oh Gott, bitte lass es das jetzt gewesen sein. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Äh, ja, genau. Schneller. Oh, bitte. Jetzt, ich will nicht aufgehalten werden. Oh Gott, und jetzt kommen wir. Du hast noch Flügel. Flieg hoch, du Idiot. Bummer. I can't reach. Du sollst fliegen. Wieso sind wir hier denn? Wegen deinen scheiß Flügeln. Oh, wir sind jetzt nicht die ganze Zeit weggerannt und mit dem uns jetzt kriegt. Psych. Was? Na, geht doch. Did you forget we got these wings back? Nein, aber du anscheinend. Das beeil dich. Oh, ich hasse sowas. Time to bid this place a font adias. Ich frage mich, wie oft ihr noch vor ihr wegrennen werdet. Oh Gott, ey. Haha, dude, what a rush. Oh, guckt mal, man sieht jetzt, bevor ich weiter drücke, man sieht jetzt immer richtig seine, seine Perlen da in Nahaufnahme. Die von Chibi. Das sieht ja richtig interessant aus. Darf ich erst noch zum Shinshu-Feld? Anscheinend nicht. Wow, the winds are still just as strong. But she got Gaelstrom. So let's fight with wind. Wind with wind. Cannot be doing. Okay, also ich muss jetzt im Grunde... Na toll. Also, das... Ich wollte doch ins Shinshu-Feld, Junge. Ach ja. Boah, daraus wird anscheinend nichts. Oh Gott, ist der Wind heftig gerade. Oh Gott, ist der Wind heftig gerade. So, weiter geht's. Boah, an diesem Spiel wimmelt es neuerdings nur so vom Minispiel. Die konnte ich bei Okami schon nicht. Dieses, dieses Grabe-Spiel. Da gab's so ein Grabe-Spiel. Oh Gott, das hat mich so wahnsinnig gemacht, dieses Spiel. Ach ja. Wohin fliegt der jetzt? Achso, dahin. Ich seh nie ganz genau, aus welcher Richtung der Wind jetzt kommt hier. Okay, gut, jetzt merkt man schon, dass er von vorne kommt. So. Gott, die wollen uns jetzt echt noch an den Kragen hier, der scheiß Wind. Ey, guckt euch das mal an. In was für einem Tempo die kommen. Ich hoffe, ich hab genug Tinte, ey. Na gut, ich hab noch genug davon. Das sollte ich schon irgendwie schaffen. Aber Okay, wenn das so einfach geht und du davon so überzeugt bist, dass das so einfach geht. Das sieht nach einer neuen Hülle aus. Da müssen wir jetzt bestimmt durch, bis ganz nach oben. Thundercloud. Wir sind echt in der Wolke gerade. Das ist so unlogisch, weil Wolken sind ja eigentlich nur Nebel. Okay, warte mal, ich geh mal kurz. Das bringt nichts, dass ich das hier speichere. Aber ihr seht, meine Tinte füllt sich auf, wenn ich da hingehe. Deswegen hab ich das gemacht. Da ist eine Schatztruhe. Da ist eine Schatztruhe. Geh weg, Wolken. Genau. Brav. Das ist... Horsefigure. Die Schatztruhe. Das ist... Die Schatztruhe. Ja, die Schatztruhe. Das ist ja... Die Schatztruhe. Da geht es weiter. Der Schatztruhe wird, wo du vielfältig bist. Dito, wir müssen versuchen das. Okay. Anscheinend. Ähm. Okay. Mich würde es erst mal interessieren, wie ich hoch genug springe, wenn mir das funktioniert. Äh, Wind. Äh. Sag mir nochmal, was ich tun soll. What are your dogs doing here? Blablabla, ja. There's a drum behind me. You can jump on that, then send your fly in. If you time your jumps right, you'll be getting where you need to be. Ah, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich bin so doof. Natürlich sollte ich auch auf den Springknopf drücken, weil ich einfach... ...warte. So. Jetzt. Ich bin nicht hoch genug. Da gehen wir erst mal rein. Oh, Gottes Willen, ey. Ich bin immer noch völlig gestresst von dieser Sache mit dem, mit dem, äh, Dingens hier. Ach, mit der komischen Witchkönigin da. Die scheinen man alle nicht platt zu kriegen. Und seitlinien. Dan시. Never seen a treasure chest like this before. Hägguva, now how to get it open. We've... We've been living large in these clouds and we'll play our music loud. We've been doing a solit for, again the men sitting up here floating above land. All the electricity we'll be making is going down to whatever he's got us shaking. He'll just up and float away when he's done building for the day. I'm just running around myself, dude. Oh, warte, das nehme ich mit. Man braucht... Schade, dass da jetzt keine Tinte drin wäre. Das hätten wir jetzt dringender gebraucht. Genauso wie mal langsam irgendwie ein Verkäufer oder so. A human haven't seen one up here in a long time. I'm a collector of stuff from all over the world. Would you like to see my recommendations? Ja. Wenn man gerade von einem Händler spricht. Dann haben wir hier schon eine. Okay, davon haben wir wirklich noch genug. Davon nehme ich mal einen mit. Ja. So, fertig. Das hätten wir dann auch geklärt. Okay. Ähm. Okay. Gut, dass ich da gerade nicht reingerannt bin. Ich glaube, das ist auch eine. Das ist zwar... Ich glaube, das ist so eine eine mit, ähm... Ich glaube, das ist so eine mit, ähm... Ja, genau so eine mit, wo ich dran kann. So. Ähm, ja. Gut. Gut. Ja, kann ich. Okay. Regenbogelbrücke. Ich hoffe, ich gehe auch gerade den richtigen Weg. Da war ja auch noch so eine Höhle. Aber ich dachte jetzt, das wäre nicht so ein langer Weg. I just love me some rainbows. Oh, wir kriegen Glück. Das ist gut. Wir haben nämlich bald unsere Leiste auch schon wieder voll. Habe ich vorhin die ganze Zeit mal gesehen. Oh, wir haben die echt bald wieder voll. Wir rennen gerade über den Regenbogen. Das ist so... Eigentlich ist das so unlogisch, weil das einfach... Das widerspricht den Gesetzen der Natur. Ja, ich hatte in der Schule auch naturwissenschaftliches Profil. Das ist einfach unlogisch. Man, ist die unfreundlich. Ist ja nicht so fies. A lot of tiger patterns here, boy. Good thing it's not a wolf, eh? Ja, die stehen anscheinend auf diese Tigerfelle. Wahrscheinlich wegen der Farbe Gelb. Erinnert es ein bisschen an... Elektrizität. Geht. Okay. Wow. Hilfe, 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 Hilfe. Das war jetzt sehr eng. Ah. Okay. Oh, Masterpiece. Masterpiece Part 3 obtained. A piece of one of essence Masterpieces. Und zwar... Welches gutes Stück? Oh. Richtige Reihenfolge. Das gibt's ja nicht. Ja, das erlebt man nicht allzu oft. Darüber muss man sich freuen. So. Okay. Was haben wir? Upsala. Ach. Du sollst dich doch nur in die richtige Richtung drehen, Shibi. So. Oh. Hoppala. Das war ein... Okay. Und das ist... Das ist auch immer zu gebrauchen. Okay. Wir sind anscheinend doch den langen Weg gegangen. Ich hätte da mal nicht hochgehen sollen. Ja. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Da kommt nämlich erst eine Sequenz. Okay. Die Sequenz gucken wir uns im nächsten Part an. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios. Adios.